so hab ja auch sowas wie ein Bett, dein Haus ja, also im Haus nicht, nee das ist unser Schuppen das sind unsere Schuppen, ach haha äh nee unterirdisch ist das schupp du dich doch, haben wir mittlerweile ne Angel gemacht ja, ich hab eine ok kann ich gleich mal angehen ich wollte noch die Pilzhütte weitermachen die was? so, ne, den Bunker von uns mit den Betten zu nem Pilz, ne, ausbauen äh, möchtest, meinst du oberirdisch oder was? ne unterirdisch ja stimmt, wir könnten eigentlich oberirdisch jeder so ein Haus pilzt das wärs doch, oder? also ich find das geil ihr habt alle keinen Haum mehr danke ja, der Sporn ist sowieso genau hier, also was wollen wir ja, ähm, dann so ein Pilzhaus können wir machen auf jeden oder wir beginnen mit dem Bau in unseres, äh, Berghauses aber ich glaub die Idee ist gar nicht so cool weil schau mal der Berg sieht jetzt so schön aus stell mal vor, wir bauen noch ein Haus rein also mit Glasfront ich glaub das lassen wir lieber machen den Eingang wieder zu und oben bauen wir uns dann so der Höhle können wir da aber auch schon rein machen ja ja, hast du eigentlich recht Höhle oder sowas kleines geht, aber keine Glasfront dann wo sind denn jetzt die ganzen Skeletten? ne, Sunshine ist jetzt nicht so ach komm ich hab nur ein nicht so super Lied das ist alles so, so poppig ich nehm einfach nochmal die unterirdisch Playlist die hat die ganze Zeit nur so'n böses Brummen wie lange der da auf Klo geht, ne? also der hat ja ne ordentliche Sitzung oh, Zombie, ich hör ihn Tataaaan hey, da ist ne kleine Lagou uh, ne hallo Zombie na, haben sie gelernt nach oben zu gehen ich find's voll krass, dass die jetzt echt so oberschlau sind die Viecher ich wollt grad sagen, intelligent sind die nicht grad, ne? ja doch schon vom Bewegen her über eine Ocelot hier kannst du gar nicht ordentlich schlachten irgendwie hier alter, lass die Ocelots brauchen wir Knochen für irgendwas? nur für Knochen hier, ne? ja, nein, 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 für die Hundis wir brauchen Hunde dann können wir immer mehr Zeug mitnehmen weil die haben ein Inventar von einer Double Chest oh ich bau mal weiter raus ja, ich angel noch schnell ich brauch noch mehr Bett wo baust du weiter aus, Neko? hm, hier unten wollte ich weiter ausbauen aber der Pilz ist jetzt grad mal wieder nicht gewachsen achso, unten und was willst du unten alles reinbauen? ja, nächstes ich will einfach nur die Hülle so groß machen dass man die Pilze da vergrößern also wachsen lassen kann achso Fisch Nummer 2 Fisch Nummer 2 also Gildans Pool hatte mehr Fische ja, dann geh doch du Gildan weiße man sollte nicht mit einem Werkzeug in ne Mine gehen man sollte nicht mit einem Werkzeug in ne Mine gehen Regen ist was Schönes Regen ist was Schönes und ich will mir noch die Shader-Mods installieren ich glaub's ja ne 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 ne, ich glaub beim Display wird das mit dem PC nix da brauch ich ne neue Grafikkarte also ne bessere als jetzt du hast das böse F vorgesagt du hast das böse F vorgesagt was ne böse F ist jetzt hä? was macht's dann? äh, weil er so lang dasteht dieser AFK warum wachsen denn die Pilze hier nicht? hm, keine Ahnung kann doch nicht ernsthaft sein dass das so wie bei dem Event ist dass sie jetzt Misril brauchen, oder? kann ich mir gar nicht vorstellen so, ein schöner verregneter Tag und wir sind gerade angeln um Fische zu fangen mittlerweile vier Fische das heißt wir könnten schon ein Oncelot tamen damit unser Dorf nicht mehr von Creepern angegriffen wird wir angeln einfach mal unteririsch äh, unter Wasser huh, ich hab nen Pilz was für ein Pilz ist der ansteckend? ich guck mal Schauen wir doch mal was der Neko aus unserem Bettenzimmer gemacht hat ach du scheiße WTF wie viel, äh, alter wie viel Knochen hast du denn jetzt dafür verbraucht? äh, willst du es echt wissen? ja wir brauchen eigentlich alle Knochen für die Hundis wissen ich so, so, ne Knochen habe ich keine nur das was wir an Knochen mehr schon hatten mh, ok also jetzt lieber keine Dings mehr weil die, wenn wir, sobald ein Hundi getamt ist ähm den respawnt der wieder das heißt wir verlieren sie nicht äh, ne ich hab die alle gegeben ok wie die sich im Wasser riekeln rakeln riekeln oh mein Gott, das wird doppelt es wird gar oh, es ist erst 12 Uhr was redest du? ach, da regnet es noch ich glaube er hat Halluzinationen aah, fuuuu war aber echt eine lange Sitzung ja, sag ich ja also der wird wohl ordentlich da beschäftigt sein nee, der ist doch ich glaub's ja erzähl da steht ein Ocelot und gibt voll Nitro aber er kommt nicht raus, bewegt dich mal nicht wie ein Taiman na du na du alter, das hat lang gedauert meine Muppe annervt oh noch ach, scheiß auf Taiman hab der jetzt eingeschaut san möchtest du angeln? er möchte angeln ja, vier Fische hab ich schon ja, Profiangner Sache kann auch ne Eisenspitzhacke weiss nicht von wem die ist ich hab unten mal die Pilze hingesetzt sie können sich jetzt von alleine vermehren solange wie wir da die Pilze nicht unbedingt brauchen mhm auch wenn's so regnen nervt der du scheiß verfressener Ocelot vier Fische ich glaub's ja boah aber sowas von ey frisst der vier Fische ich hab große Hunger wesentlich nicht die Tage die hier rumrennen Mist vier Fische man in der ersten Aufnahme man ein Fisch wie so'n blöden Ocelot und ein Knong wie so'n dummen Hund oh wir können's dann beim Angeln zuschauen mal schauen ob die fallen auf die Angeln auf die auf die Schwimmer Deko jetzt sagen würde und weiss nix was war denn das für ein Wurf? wir fahren auswerfsweit von mir aus kann's losgehen wohin? was wie wo? ja weiss nicht irgendwas töten ich bin bereit ich hab Bogen, Schwert, Rüstung ja, wir beißen, wir beißen auf Fischis ja so, Eisenrüstung hä hä, Leder ich will ne Lederhose wobei der Bayer bist? ja, und? ich will ne Lederhose ich hab Leben gefunden ich hab auch Leben gefunden ich hab auch Leben gefunden alles voll voller Leben alles voll voller Leben dann merkst du was ist vergibet ihr beißt nix ihr beißt nix fällt gleich sentimental bist du schon moa bitte nix halloo wir sind ein Tieftaucher so, und da ist wieder was auf dem Feld fertig so, Fleisch ist fertig und ich brenne noch mal ein bisschen clean ach scheiße jetzt hab ich wieder zwei kaputt gemacht oh, Beißfisch Beiß, 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 Beiß gleich kommt so n Haifisch und flist dich auf sunrise was eaten by was heißt Haifisch auf englisch shark shark stimmt, shark turtle turtle, ja genau I like turtles I like cookies I like cookies I like cranes ja, Blacky wo bist du Blacky? am Strand welchem Strand? ecken ist die Sonne ja, es ist halt ein Schatz zum zum ganz Black Sheep oh, das ist schön, man also mir gefällt's was hier bis hier der Onkelturm schon gebaut hat ja auch kannst du doch selber mal was bauen hier ja, hab ich auch vor irgendwo mal so ein schönes Bauernhaus warum beißt ihr denn kein Puff? alter, hat die Kuh grad versucht perverse Kuh hab ich da grad deinen Ocelot gesehen? wo ist ein Ocelot? ja, geh halt in den Eingang hast du Gravel oder so um den Weg hier mal falsch zu machen? nein, nein grad einer mit der Kuh ich hör hier irgendwo was graben Silke unter uns, der baut in einer Pilzfarm das wird Nacht, oder? ja dann können wir jetzt ja gleich nochmal ausgerüstet Monster jagen ah, hi Niko nee, so ist es doch voll echt, bringt das was? also ich hab nur damals gesehen wie in Peppys Lager die ganzen Monster also die ganzen Pilze wie verrückt überall gewachsen sind ja, die wachsen ja auch hoch sag ich mal so, ne? mhm, sagst du mal ähm hab ich das Lied da in die Playlist getan eigentlich? weißen die Fische nicht, sag mir das weil, dann könnte ich jetzt Kampfmusik anmachen hast du ne Maske aufgesetzt, Sun? nein ja, dann weißt du doch warum die sehen dein Gesicht boah, das klappt sonst auch Sani, wo bist du denn? äh weiß ich nicht das ist hier ein, ein hinter der Farm, hinter der irgendwo da oben sind komm mal stell dich mal hinter, hinten bei der Brücke hin weil dann kann ich mich kurz hierhin stellen nen Chat aufmachen und dann kann ich noch ganz schnell Lied in die Playlist tun komm, komm, komm hier egal, geh da angeln, geh da angeln, geh da Moment, du möchtest mal versuchen den Azova zu fangen da drüben dein Fisch und ich suche das Lied und ich hoffe, dass Fisch das jetzt hier aufzeichnet mhm, dover 5 äh, Katze was ist denn jetzt? beides und Hauptsache doof genau ich so was habe ich natürlich gar nicht gedacht an Kampfmusik dann weiß ich seh dich Sonschein wer schiebt mich? wer schiebt mich? Eko schiebt dich Nico nein, den schiebt grad keiner und da ist noch nicht Wasser und er will da drin nicht ertrinken hey, ihr wisst, weil die Kamera läuft immer noch ist ja nicht schlimm eher in voller die stirbt mit, sozusagen komm ich angel jetzt mal ein Zombie wir machen jetzt so Unterwasser Party du 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 musst deinen Taucherkürbis einziehen ja du weißt, ich sterb gleich Oh, ich auch gleich Wir sind zu gut Der Taucherkürbis Au Hey, da ist ein Sunny Hör Ozzaflott Alter, komm zurück Moment, hier bleibt nur ein Ozzalot Der Ozzalot stirbt nur Da ist er So, gehen wir mal wieder in die normale Ansicht Zack Ich hab jetzt keinen Bock auf Tauchen, wir gehen jetzt mördern Oh, das geht mir nicht Aber ich brauch irgendwie ein Ich möchte jetzt nicht schon wieder das Mörderlied anmachen Scheiß drauf Mörderlied? Ja, voll die Horror Sound Music Dann lass doch mal jetzt einfach über die Berge hier in die andere Richtung So, da lang Nein, wir gehen wieder auf die flache Wiese, Mann Weil wir wissen ja nicht, was auf der anderen Seite ist Und wenn da wieder Dschungel ist, ist da nichts Wir müssen noch warten mit unserem Vorstoß in das neue Gebiet Vorstoß Ja, dieser Hustsaanfall ist immer hier So, Leute, seid ihr bereit? Und für das Gemetzel, der Gemetzel Ich nehme ein bisschen was zu essen mit Ich nehme zehn Steaks mit Nein, kein Ja, okay, nimm mit Ja, ich hab auch alles dabei Hast du das Blackie? Ich geh schon mal vor Wer kommt mit? Ich stehe auf Ich auch Ich stehe auf dem Crafting Table oben Da sind sie schon Sie dringend in unsere Welt vor Oh mein Gott Es sind so viele Und das ist ein Ocelot auf dem Feld Sunny, Ocelot Guck mal, der ist hier im Kreis Oh mein Gott Guck dir den, Mann Alter, warum hast du schon wieder einen Bogen gemacht? Ich hoffe, wir haben eines Dein Bogen Hier, Kameramann Ich hab einen 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 Es Du kriegst nix Neko